Hallo liebe Leute! Hier eine Live-Demonstration. Ich habe jetzt mitten angefangen. Einfach gefrorene Beinscheibe und jetzt die hohe Kunst des Kochens. Hier, Kaisergemüse. Oh, ist keine Werbung. Scheißegal. Sommergemüse. Die war von Anfang an kaputt. Na, das versaut hier mein Zett kaputt. Jetzt packe ich Wasser rein, packe ich Wasser rein und mache das Ding an. Kochen fertig. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020